Servus liebe Leute, wir sind hier auf der Rodenbahn von Loschbahn, zu der Höhlmischlohütte. Wir haben jetzt schon ungefähr 3-4 Stunden aufgehangen und einen wunderschönen Tag können wir heute auch da russen. Ja, da am Duxahntal. Und jetzt sind wir voll da oben essen müssen, dann sagen wir eigentlich noch ein bisschen und dann gehen wir mal runter. Hallo Leute, wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt auf der Höhlmischlohütte auf 1700 Meter und jetzt essen wir noch etwas und dann trodeln wir auch runter. Also, das ist jetzt die Korte von der Rodelbahn. Da unten seht ihr jetzt die Rodelzeiten. Und von da oben starten wir, das ist die Höhlmischlohütte. Auf gehts auch in die Gatterkurve. Auf dann über das Gemäuerschuss außen. Auf können wir in die Natursprung kehren. Über einen Duxabunsch, Skikannen, zum Häckchensteinplatz. Oft gehts über den Eiskanal lachen. Jetzt sehen wir gerade an der schwarzen Reibe. Auf gehts ein bisschen über das Gleitsstück und oft in die Europakurve. Oft beim Daxschleuderer. Oft noch bei der Tempopresse. Und noch bei der Klausbohlenkurve, wir haben auf die Scho bremsen müssen. Das wird bei der Hermann-Geisler-Kurve nicht so schnell sein. Das ins Außen schweißt. Und beim blauen Michel, gelb am blauen Michel, da müssen wir auf dann die Rodel hohen drohen. im Norddeutschlandkreis board. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018